Was geht? Ja, das ist ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin's Timo Thiele von Timo Thiele Fotografie aka TimeBlend Productions für meinen Video-Channel auf Instagram. Checkt den mal ab. Morgen so ein klein Video-Dreh- und Shooting mit Daniel. Wie ihr hier sehen könnt, Equipment is ready. Sony Alpha 7 III, Sony Alpha 7 Mark I noch, analoge Kamera, Objektiv, Blitz, Licht, diese Blenden, Akkus en masse und diese Vlogging-Kamera. Ich hoffe ihr habt Bock. Es wird bestimmt lustig. Morgen früh geht's weiter. Morgen früh werde ich so ein bisschen was abfilmen und bleib dran. Was geht ab? Es geht jetzt auf zum Daniel Gunn Video-Dreh und diesmal bin ich der Videotyp und ja, mein erstes Mal. Auf jeden Fall, ich hab mit Daniel mein erstes Mal. Geile Aussage. Auf jeden Fall, das ist ein Intro von einem Album von ihm und das geht eine Minute. Da werden wir mal gucken, dass wir mal ein Video dazu hingezimmert bekommen. Ich bin ja neu, kein Profi und ich werde versuchen, ich laufe jetzt wieder mit acht Kameras rumgefühlt. Ich werde versuchen, ein bisschen was aufzunehmen noch für YouTube, halt für dieses Format hier. Plus, wie die Videos oder das Video werde ich dann bearbeiten im Livestream, denke ich mal, auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Und ja, wer Bock hat, kann dann reinkommen. Nur schon mal so eine Ansage. Ich fahr jetzt erst mal los. Ich muss ja noch zu Daniel. Ach, bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, muss ich auch noch mal die Adresse angeben. Bravo, na klar. Na klar. So, keiner braucht wissen, wo er wohnt. Auf jeden Fall, dass wir irgendwas haben, wo man nicht so noch ein bisschen von hinten sieht. So wie bei Omic. Der ist ja auch so an dieser Wand und das ist so ein Land geschliffen, sag ich mal so. Was geil wäre, wenn du von hinten und du hast nur so bis hier, bis zur Wade und ich mach mit dem Schläger so. Ja genau, ja, das wäre geil. Ja, ja. Sollte jetzt noch besser da tonen, ja. Oder auch nicht. Mhm, sieht gut aus. Ja, ne? Jetzt mach ich eins mit Unterhemd, damit man eine Variation hat, weißt du? Ja. Das, was hier eine Provokation ist, muss ich dich enttäuscht und schalt auf dich ein, bis du tot bist. Der ist ja die Ball durchs, ich mach ne Park, oh ja, ist das. Ich schwib' dir wieder Rippe, ich schwib' dir wieder Rippe, nein! Jetzt hier noch geile Bilder. Ihr könnt ja auch mal ein Porträt machen, den ihr klar gemacht, dann haben wir alles klar, dass ihr hier seht. Ich wusste es nicht. Ja, doch. Hier einmal Porträt, dann will ich noch ein paar mit... Ja, wir machen noch eins, zwei Bilder halt. Ich muss da nämlich genau hinterherlaufen. Das könnte man als Autor nehmen dann. Ja. Das, wie ich den wegschleife, weißt du? Ja. Okay, ganz lustig. Okay. Also wir haben auf jeden Fall da geile mit dem Messer. Wir können ihn jetzt hier normale machen. Ohne irgendwelche Waffen. So, und der Abend geht weiter. Jetzt werden auf jeden Fall erstmal die Bilder rübergezogen und die Video Elemente. Ja, rocks the energy und wahrscheinlich vielleicht sogar noch live gehen. Mal gucken. Ja. So, hier könnt ihr schon das erste Bild sehen vom Shooting. Und damit verabschiede ich mich. Ja. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen gefallen. Das war jetzt wieder nicht viel. Ich hab halt, sag ich mal, gearbeitet. Vielleicht kommt wirklich jetzt mal wieder bald jemand mit und filmt mich ein bisschen ab. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstagabend. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020